Ich bin Rebeca Kampel und arbeite im Personalbüro in der SoMedia und bin noch Lehrlingsverantwortliche. SoMedia ist ein führendes Medienhaus in der Südostschweiz und die Redaktionen sind verantwortlich, dass die ganzen Einwohner von Südostschweiz bis unten an den unteren Zürichsee versorgt werden, mit Infos über ihre Gemeinde, über ihre Region, aber auch über Geschichten aus der ganzen Welt. Hier sind unsere Mediendienste verantwortlich, das ist einmal das Radio, der TV, unsere Online-Dienste und unsere Zeitung. SoMedia bilden vier Lehrprüfe aus. Das ist einmal der Mediamatiker, das KV, der Polygraph und der Informatiker, wobei wir beim Informatiker zwei Fachrichtungen haben. Das ist einmal der Systemtechniker und zum anderen der Applikationsentwickler. In der Lehre können unsere lernenden Abteilungen wechseln, was ermöglicht, dass sie ganz viele verschiedene Eindrücke mitnehmen können. Und sie können an interessante Projekte und Events mitschaffen, wie zum Beispiel an der Future. Weiter ist bei uns das Motto Learning by Doing. Das heisst nach einer gewissen Einarbeitungszeit, die wir den Lernenden geben, schaffen sie eigentlich genauso wie unsere Mitarbeiter und sind so perfekt für das Berufsleben gewappnet. Speziell für unsere Lernenden haben wir natürlich den Lehrlingsausflug, den sie jedes Jahr selber organisieren dürfen. Dort dürfen sie das Programm wählen, egal wo es heranwenden. Alle drei Jahre haben wir aber ein fixes Programm. Dort geht es in Europa-Park. Weiter bieten wir auch immer wieder Schulungen an, wo sie einen Tag in der Buchhaltung verbringen können. Sie dürfen aber auch mal ins Radio reinschauen oder zuschauen, wie das Wetter gemacht wird. Natürlich haben sie aber auch alle anderen Benefits, die die normalen Mitarbeiter auch davon profitieren. Das ist zum Beispiel Vergünstigungen beim Fitness-Abo, gute Konditionen bei den Handys oder auch die Foodtrucks, die wir hier haben. Das kommt ganz darauf an, was für ein Beruf sie gewählt haben und auch in welchem Lehrjahr das sie sind. Aber das sind immer zwischen 500 und 1500 Franken im Monat. Was ist das für ein Beruf? Damit man die Lehre bei uns machen kann, müssen die Bewerber sicher gute Noten mitbringen in den berufsrelevanten Schulfächern. Eine gute Sozialkompetenz und Fleiss müssen sie auch noch mitbringen. Nebst den Schulzeugnissen verlangen wir auch immer noch den Multi-Check, den man zum Beruf spezifisch machen kann. Das Wichtigste aber ist bei allem die Freude und das Interesse am Beruf. Was ist das für ein Beruf? Wir Wirso Media bilden mit dem Gedanken aus, dass wir unsere Lernenden nach der Lehre übernehmen können, dass sie sich intern bei uns weiterentwickeln und auch weiterbilden können. Das heisst, wenn der Wunsch vom Lehrabgänger bei uns zu bleiben ist, schauen wir, ob irgendwo eine Stelle frei ist. Das ist meistens möglich, weil wir dank unserer Grösse auch das abteilungsübergreifend durchsetzen können. Das beste Beispiel, das wir haben, ist unser CEO, der bei uns als KV Lernende angefangen hat. Sowohl beim Lernendenこんにちは! Und Back Body habt ihr gesehen? Vielen Dank.